herzlich willkommen ich bin der christoph und heute stelle ich euch mal remote office vor ein produkt von pc visit das einige problematiken rund um home office lösen kann oder zumindest umgehen kann obligatorisch wie immer wenn euch das video gefällt dann abonniert doch bitte meinen channel und bleibt eventuell auch noch das video natürlich ist dieses video ein bisschen werbung für das produkt und auch für mich deshalb rechts oben die kleine einblendung in diesem video verbinde ich mich von einem windows 10 rechner per rdp auf einen windows 11 rechner mithilfe von remote office das heißt die verbindung ist umgeht sozusagen das problem eine vpn verbindung öffnen zu müssen ich gehe natürlich jetzt nicht tiefer technisch ins detail das würde jetzt den rahmen völlig springen wer da eine entsprechende beratung haben will oder halt über sicherheitsaspekte sich austauschen möchte der kann mich jederzeit kontakten und ansonsten würde ich das jetzt einfach mal erst zu beginnen für die präsentation habe ich jetzt vorbereitet ich habe hier das host system also dass das quellsystem das ist jetzt mein windows 10 und in eine virtuelle maschine habe ich jetzt ein windows 11 eingebracht und auf dieses windows 11 will ich mich jetzt mit remote office einwählen so das habe ich aber alles schon jetzt vorbereitet weil das sonst ein bisschen länger dauern würde das heißt es geht jetzt nur darum erstmal das zu zeigen wie es funktioniert das heißt ich habe hier im prinzip schon ein rechner vorbereitet das ist jetzt hier mein windows 11 test das ist sozusagen das was sie an der virtuellen maschine drin ist und ich verbinde mich jetzt hier drauf das heißt hier oben hat man jetzt die möglichkeit eine browser sitzung oder eine rdp sitzung zu öffnen browser da würde man das bild im browser sehen das ist aber dann gleich wie wenn man jetzt sich mit teamweaver oder mit irgendwelchen anderen verordnungstools auf den aufhändler also dieselben problematiken würden dann zum thema stehen so hier sieht man schon was man hier alles mitnehmen kann man kann halt die drucker mitnehmen externe geräte mikrofon audio das ist gerade wenn man in der firma zum beispiel irgendwelche kommunikations sachen hat zum beispiel ein rechner gestütztes telefonie system dann müsste man gar nichts bauen um das nach hause zu bringen sondern man könnte sozusagen das lokale mikrofon das audio mitnehmen und könnte sozusagen die den client in der firma dafür nutzen und hier sieht man auch man kann ja natürlich jetzt einen monitor oder halt jetzt in meinem fall moniker 1 und 2 oder halt alle monitoren wir wollen natürlich jetzt alle monitoren mitnehmen und hier wählt man sich mit dem namen rechner namen den man oder mit dem rechner usernamen und passwort des zielrechners ein so in meinem fall ist das jetzt einfach nur install und install und aus sicherheitstechnischen aspekten empfehle ich zum beispiel hier nie die anwältenden daten zu speichern so wir verbinden uns jetzt einfach und sehen wir geht ja windows eigene desktop client auf und er verbindet sich jetzt auf meine windows 11 instanz ich mache das jetzt mal kleiner damit man das hier mal sieht also das ist im prinzip die virtuelle maschine man sieht der hat sich hier jetzt abgemeldet also das ist nicht so wie bei einer normalen fernwartung das halt an dem pc der jetzt in der firma stehen würde da auch noch jemand auf dem bildschirm gucken gucken könnte daher auch datenschutz technisch wesentlich besser als jetzt dass bei diesen meisten fernwartung stools der fall ist und das zweite ich schalte jetzt mal den zweiten monitor mit dazu in der aufnahme machen immer vollbild und wir sehen wir haben jetzt zwei bildschirme wo das windows 11 drauf ist das heißt wir können jetzt zwischen den bildschirmen auch hin und her schieben dann haben wir hier im gegensatz für den normalen fernwartungstools die laufwerke des rechners zu hause sage ich jetzt mal das heißt wenn ich jetzt hier auf das laufwerk lg dann sehen wir im prinzip die ordner des laufwerks kann man hier parallel auch noch mal anschauen moment ich mache jetzt mal wieder ein bildschirm nur an das heißt wir haben hier das laufwerk l das sind die haben wir wenn ich ihr vollbild mache das sind im prinzip dieselben ordner und wir haben natürlich auch die drucker mit das heißt wenn ich jetzt gehe datei und drucken sind alle drucker die auf meinem rechner zu hause sozusagen sind sind im prinzip hier auch zu finden also die hat der client halt mitgenommen das heißt das sind alle drucker die hier mit umgeleitet gekennzeichnet die mitnahme der lokalen ressourcen die kann man natürlich in der ober für also in der verwaltung von pc visit remote office reglementieren das heißt wenn der verwalter das freigegeben hat kann man dem natürlich mitnehmen kann die auch dann kann der user die auch selber ein und ausschalten wie er möchte kann aber auch zentral über einen verantwortlichen das heißt das entweder den administrator oder den geschäftsführer kann das halt verhindert werden dass hat lokale usb laufwerke oder halt auch lokale laufwerke mit und dadurch der dateiaustausch zwischen dem was man sieht und dem lokalen rechner sozusagen unterbunden wird oder zumindest massiv erschwert wird damit das mit der remote desktop verbindung auf den ziel rechner funktioniert ich mache jetzt bei die sitzung zu und hier gehen wir jetzt erstmal wieder über die virtuelle maschine rein muss man einige einstellungen an dem ziel betriebssystem machen und zwar in der winter ist windows 11 das ist auch unter windows 10 so nur dass die menüs ein bisschen anders zu finden sind aber ich kann es ja dann noch mal zeigen das heißt das ist jetzt diese windows 11 maschine da geht man hier auf die einstellung auf system und hier hat man remote desktop so da geht man einfach auf dann sollte das hier aktiviert sein bestätigen ist es aktiviert und hier kann man dann remote desktop benutzer hinzufügen das heißt also install ist jetzt schon dazu gefügt und jetzt kann ich jetzt hier einen nutzer raussuchen und dem das recht geben so alle nutzer die hier jetzt nicht hinzugefügt wurden haben in der regel erstmal keinen zukunft das heißt bei der verbindung wird da eine fehlermeldung ausgegeben so unter windows 10 ist ähnlich ein bisschen ein bisschen versteckter man kann hier oben aber suchen remote desktop verbindung zu diesem computer zu lassen so dann hat man hier im prinzip auch diese punkte und kann hier auf diese erweiterungen gehen benutzer auswählen da kann man hier die benutzer hinzufügen und natürlich muss man hier diese diese säge nach unten setzen damit die remote verbindung mit diesem computer auch zugelassen wird so das war jetzt mal ein ganz kurzer rundum schlag ich wie gesagt ich bin jetzt absolut nicht auf irgendwelche technischen besonderheiten oder auf oder wie die technik insgesamt funktioniert eingegangen auch habe ich jetzt den sicherheitsaspekt nicht beleuchtet das würde ich dann eventuell in ein zwei folge videos machen sonst würde dieses video zu lang werden wenn es euch aber erst mal gefallen hat bitte abonniert meinen channel und ein kleiner like und vielleicht meldet ihr euch bei mir oder bei pc visit um mehr zu pc visit remote to office zu erfahren also ich ich hier ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020